Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Show. Diesmal mit Star Wars Republic Commando. Mal ein sehr interessantes Spiel im Star Wars Universum. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando. Eine Eliteeinheit. Etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen. Ihre Rüstung. Und vor allem ihre Brüder. Die Eiber unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen sie sich jetzt ihrer Truppe an. Nehmen sie ihr Schicksal als ihr Anführer an. Als Delta Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament. Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6.2. Herz und Seele ihres Teams. Und 0.7. Der erbitterte Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen. Und wenn nötig, ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff. Alles startbereit. Neues Kampfschiff. Okay, Gruppe B. Bewegung. Los geht's. Die Geschütze nach Achtern. Munition laden. Los, los, los. Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir. Die Klonkriege. Die Geheimwaffe der Republik. Eine riesige Klonarmee wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Druiden-Truppen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Stunde Null. Klonkriege. Geonosis. Geonosis auf Deutsch. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen. Bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta-6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Sanfeng und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Alles klar. Verstanden. Mit aller Härte. Der geonosianische Chief Lieutenant Sunfag muss ausgeschaltet werden. Das Delta-Team wurde getrennt in die vom Krieg gebeutelte Arena geschickt und soll weiter vorrücken. Es muss sich wieder für einen und für Sunfags ableben sorgen. Kostet was vor. Wir sind von dem Zielgebiet. Seilen Sie sich ab. Achtung. Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HODs. Gibt es Untertitel? Gibt es. Als holographische Projektionen, Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer Sunfag. Delta-Leader, Sunfag darf auf keinen Fall entkommen. Delta-Leader, geht es Ihnen gut. Sie wurden getroffen, Ihre... Boah, Steuerung. Da, da, da. Gehen, Sprung, ducken. Benutzen, feuern. Oh, Delta-Punkte zeigen, formieren, Detonator. Wo ist Nahkampf? Ah, eh. Ach da. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Lieder, Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können weitermachen. Sie sind den Schützenkarten. Rückzug zum Gamma-Sektor. Rückzug. Neue Ziele wurden geladen. Gehen Sie zum abgestürzten Kampffschiff. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Die Einsatzzielanzeige zeigt in Richtung Ihres nächsten Ziels. 3-8. Sichern Sie das Gebiet von dem abgestürzten Kampffschiff. Ah, ah, ah. Und sofort in die Action rein. Super. Ja, komm, verlier deinen Kopf. Das ist immer am geilsten. Einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Hey, Teil 5, schau mal, Kommandos. Wenn die wirklich so gut sind, wie es heißt, gewinnen Sie den Krieg quasi im Alleingang. Sir, Sie begeben sich in feindliches Gebiet, abwimmelt es von Ruiden und Bugs. Das ist so geil. Die Grafikqualität ist natürlich nicht das Beste, aber... Es ist so schön, dass man im Tutorial nicht sterben kann. Granaten zum Inventar hinzugefügt. Ausgezeichnet. Werfen Sie die Granaten in die Schatzstellung. Oh, Granaten werfen. Ja, wie? Ich hätte vielleicht das Tutorial anlassen sollen. Rechte Maustaste. Visierreinigung automatisch. Das ist so geil. Halten Sie C gedrückt. Da ist er. Fress plasma, ihr dreckigen Ruinen. Ja, sie sind in den Sonargeschützten. 6-2, Rennepfresser. Ich klinke mich in Ihr AUD-Einboss. Unsere Sorgen haben keine Chance gegen die Sonargeschütze. Anhörer, ich habe die Position für den Springflanzer. Ich habe mich vorgeladen. Ein Dordatter drohe jede weniger. Scorch, zerstören Sie den Bunker für mich. Versuchen wir es mit Sprengstoffdeltas. Gut, ich muss kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. 6-2 muss da rein. Bringen Sie uns einfach rein. Ohne das ganze Team, die Luft zu jagen. Vorsicht, die blingern Sie sich in Ihrer Position. Der Sprengsatz ist scharf. Zehren dran, Boss. Boom. Kaboom. Welch Wunder. Uh, hinein ins Netz. Denken Sie daran, Delta-Lieder. Ihr Primärziel ist Soundfick, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta-4-0 zu finden. Es ist cool, dass man hier mal kein Jedi spielt. Aber trotzdem einen verdammt OP-Charakter. Ich gebe ja schon Deckung. Ich erinnere mich noch, dass ich an einer Stelle Cheats nutzen musste, weil ich nicht weiterkam damals. Delta-Lieder, 4-0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, dann er. Hier wird der Status und der Standort Ihres Teams angezeigt. Ja, ja, kenn ich doch. Gleich habe ich. 4-4-0, Zugriff von Europa-Reich. Sicherheitsschild deaktiviert. Wir sind drin. Hm? Der Nahkampfangriff war so verdammt OP. Sie nähern sich an der Sicherheitstür, die zum Hangar führt. Die Aktivität im Hangar weist darauf hin, dass Ihre Anwesenheit noch nicht bemerkt wurde. Ich schlage vor, Sie hacken sich in das Türsystem und hören. Ich brauche Hilfe. Kommandos. Delta-Team, 3-8 am Boden. Geben Sie ihm eine Dosis Bacta. Halten Sie durch 3-8. Hilfe ist unterwegs. Whoopsie. Da habe ich mich selbst... erledigt. Bis wohin heilt es mich? Hälfte? Okay. Ja, ich muss mal in Teilen gehen. So. Verkehrte Taste. Da hat man jetzt auch gesehen, dass man sich wiederbeleben kann. Beziehungsweise wiederbeleben lassen. Und ja. Ich hätte nicht eine Granate direkt vor mein Gesicht werfen sollen. Geh mir rein. Leise. Ich brauche Feuerschutz. Egal. Gleichfertig. Das ist kein Teamstandort. Tür ist offen. Schön, dass... Ah, jetzt. Guter Schuss. Ich wollte eigentlich den Nahkampf erledigen. Oh mein Gott. Die treffen mal. Sie haben mein Bagi und nosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Ziel an Einsatz. Zielanzeige übern Hörgen. Deaktiviert. Weiterfacht. Kortsch, machen Sie scharf. Echt jetzt? Da kann ich nicht durchschießen? Ach ja. Keiner von den beiden. Ähm... Langsam wird es dunkel. Delta Team schalten Sie auf Visor Modus um. X. Ah. Aha. Auch schön, dass das stumpfe Schießen ohne Zielen eine höhere Genauigkeit hat als der Rest. Oh, das ist cool. Wupsi. Was witzig ist, alles was die anderen Leute machen, können wir auch machen. Egal. In Deckung. Ein hübsches Feuerwerk. Uh. Munitiones. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Rücken Sie zum Balkon vor. Sie haben die Verantwortung für Ihr Team. Ihre Missionsziele erreichen Sie nur, wenn Sie die richtigen Befehle erteilen. Oh. Wir konnten eine Nachricht aus Sunfax Kontrollraum abfangen. Wir befinden sich eine Ebene unter Ihrem aktuellen Standort. Die Gio-Nosianer haben ihre Anwesenheit bemerkt und die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie werden auf Widerstand stoßen. Ach, toll. Meine Leute gehen auch liebend gerne in den Nachkampf über. Dann müssen wir sogar langen. Die Öffnung am Ende dieses Ganges liegt direkt über Sunfax Kontrollraum. Sie können sich von der Kante abseilen. Rotter, wir müssen weiter runter. Bruderliche Stärke. Delta Leader, Einheit 07 ist jetzt mit Ihrer Nähe und bleibt weiter in Deckung. Seien Sie vorsichtig. 07, verbinde mich mit Ihrem HOD, Sir. Freundest du dich mit den Einheimischen, An7? Das war das Tief. Genehmigen Sie sich etwas, Sunfax. Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Angriffsformation einnehmen. Rotter. Sunfax, versuchen zu fliehen. Halten Sie ihn auf. Er hat es geschafft. Delta Leader, Sunfax darf auf keinen Fall entkommen. Oh. Ok. Sauberverschoss. Superkampf zu Ihnen. Vorher lassen Sie alle Teammitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzer um zu durchbrechen. Ziel eliminieren. Angriffsformation einnehmen. Raten. Die Dose ist erledigt. Halten Sie sich rümmer. Ich empfange einen elektrigen Transfer zu Sunpaks Jäger. Roger. So. So. Öffnen Sie die Tür, Delta. Ja, Sir. Angriffsformationen einnehmen. Ja, Sir. Sie eliminieren. Ah, frische Munition. Bereit gesessen, 3-8. Volltreffer. Sicherer Detonator. Gemächeln. Genere ist es. Die Tür ist offen. Der Weg ist frei. Da ist er. Außerhalb des Schilds. Delta Leader, weisen Sie 07 meine Scharfschützenposition zu. Er soll Sunpaks ein Visier nehmen. Von hier haben wir freies Schuss. 07 ist einsatzbereit. Sunpaks Jäger läuft schon warm. Delta, was treiben Sie da eigentlich? Oh, Ziel ausgelöscht. Wow. Wuhu. Wuhu. Ja. Ich liebe diesen Geruch. Ich rieche nur verbrannten Gionosianer. 3-8. Meine Scanner zeigen eine Explosion an. Roger. Ziel terminiert. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein Gionosianisches Schiff. Bestätige. Keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außergetecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Ich habe aus Versehen meinen eigenen Mann verletzt. Infiltration der Droiden-Einrichtung. Die Separatisten haben ihre Droidenfabrik tief im Herzen des Planeten versteckt. Das Delta-Team muss in das Innere versteckt der Gionosianer vordringen. Und die Hauptdroidenfabrikation ist schon so viele. Warum? Gär nicht. Jedes Mal würden... Story ist. Laut Geheimdienst gibt es da unten ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt, bis sie deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Schade, es wurde gerade... Kämpfer! Du bist tot. Und noch einer. Oh. Regel 17. Immer vergewissern, dass sie... Lautschützenmodus. Extrem präzise, extrem tödlich. Tür aufbrechen, los. Tun wir's. Aktiviere Detonator. Alles gesichert. Granate. Freilung erfolgt vorwärts. Dieser Geruch. Sie ernten Finderharts. In der Ruhrform hochexplosiv. Ui. Unter uns sind Maschinen. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten, was? Sieh mal einer an. Mehrere Ziele auf der Brücke. Leader, das ist hier eine gute Position für einen Scharfschützen. Tübel, Leader. Okay, alles klar. Vor mir. Bitte Position, Boss. Exterminiert. So. Gehe in Deckung. Erwarte Befehle. Das hört sich nicht gut an. Da oben ist ganz schön was los. Oh. Ach ja. Müssen Sie immer im Weg stehen, Sir? Ja, muss ich. Das Problem bei diesem Spiel ist wirklich... Die Leute reden so viel. Das scheint eine Art geonosianische Hochkammer zu sein, Gentlemen. Unglaublich, das sind Eier. Machen wir einen weiten Bogen. Sie sicher ist sicher. Und ich dachte, schlimmer kann es nicht mehr werden. Auf und gerade aus, Kommandos. Guter Schuss. Lade nach. Gebeet gesichert. Geonosianische Babys. Die sehen so creepy aus. Geonosianische Babys. Genehmigen Sie sich etwas Bacta. Roger. Mule Bacta. Delta 4.0 hat sich erholt. Angriffsformation einnehmen. Formieren. Gehe in Position. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Hallo, Hans. Hier nichts nach Ärger. Ja. Ja. Ich hasse diese Viecher wirklich. Au. 4.0. Defensivvektor. Logratoren sind die unheimlich. Gut geschossen, Delta. Ich hasse es. Angriffsformation einnehmen. Roger. Ich habe ein umgutes Gefühl. Auch nicht nur du. Hör danach. Schalten Sie sie von dort auf. Da ist der Störsender. Er ist abgeschöpft. Die Konsole für den Schild muss hier irgendwo sein. Wo Ihnen gesichert? Herr Barthi von der Tor. Ah. 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 Aber du hast uns nicht vernichtet. Ach so, Kravate. Oh. Oh. Der Störsender stört meine Systeme. Oh, wirklich? Ich habe. Obgeler. Bewegung. troll. Schuss. Hello. ich muss mich heilen und solle hier ist die schichte außerirdische abschauen ende der vorstellung wo ist 40 ist der ein liegt am boden die drei machen dann die scharfschützen während ich hier irgendwas mache das ist halt das gute an diesem spiel nicht alle nicht bringen sie einen sprengsatz am störsender an platz ihre sprengsatz weiter formieren sie sich gleich ich habe deckung geht es wie Okay. Das Problem bei diesem Spiel ist wirklich, ich kann nicht viel sagen, weil so viel gelabert wird. Das Herz der Maschinen. Hm. Ausgeräuchert. Großartig geschossen. Lade nach. Wir haben Scorch verloren. Augen offen halten, Deltas. Alltätig verdichtet. Unterstütze 6-3. Deckung! Sonargeschütz am Ende der Brücke! Kommt in die Gänge, Deltas! So. Lade nach! In Position! In Position! Schalten Sie sie von dort aus, Deltas. Gehen Position, Bost! Sie haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Lazieren wir da doch einen Sprengsatz. Ja, Bt-Bt-Bt-Bt-Bt-Dah. Ja, Bt-Bt-Bt-Bt-Dah. Ja, Bt-Bt-Bt-Bt-Bt-Bt. Das war dann mal. Leckung, Deltas. Manöver abbrechen, Deltas. Das war lastig. Ich konzentriere mich auf den Ziel. So! Gehen wir weiter. Vielleicht bin ich paranoide, aber ich glaube, hier sind Wachs. Gehen Sie in Position, Deltas. Machen Waffe bereit. Ich brauche Lieben. Gehen Sie sich ein bisschen Bacta, Deltas. Ja, und, Sir. Durchhalten, Deltas. Erlenigen wir die Bacta. Ich fühle mich schon weg. Ich bin was erstes vernichtet. Faut! Vielen Dank für die Hilfe. Rumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat. Dann kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns wohl eine eigene Brücke bauen. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Scott, mach mal an! Wir sind platzierte Bombe am Fuß des Turms und schon haben wir eine Brücke. Das braucht meine Zeit. Da hinten laufen noch welche, oder? Zurück, Deltas. Durchhalten, Deltas. Vernichtet dieser Alien. Oder auch nester. Was wollen wir mehr? Gute Arbeit, Deltas. Die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. Das war natürlich. Hier wohl wieder auf 100%. Nee, das tue ich schon. Nochmal alle heilen. Gorge ist zurück und einsatzbereit. Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta, Deltas. Wenn dabei. Angriffsformation einnehmen. Formieren. Geh in Position. 07 ist kampfbereit. Geh in Position. Genehmen Sie sich etwas Bacta. Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir. Uh, die Waffe. Ja, und es versucht die ganze Zeit in meinen Arm reinzukommen. Die Fabrik ist auf der anderen Seite dieses Lüftungsschachts. Los. Okay, aber hier beende ich das erstmal. Das ist mal ein... Guter Taktik-Shooter, aber irgendwie ist das schießend schwer für mich. Egal. Ihr kennt das mittlerweile alles. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Ihr wollt eine Bewehrtück da lassen. Ansonsten teilt das wie mit Freunde, Familie, Hund, Katze, Maus, Nachbar, Goldfisch, wenn es auch mal gefallen könnte. Schaut in meine Analyse rein und wir sehen uns beim nächsten Mal mit eurem Kehrsaat.